Wir erleben immer wieder, wie dem Glauben an den gekreuzigten und auferstandenen Herrn widersprochen wird. Man setzt gegen unser Glaubensbekenntnis andere Weltanschauungen, ideale und religiöse Überzeugungen. Die klingen gut, aber die Frage ist, wie bewähren sie sich im Ernstfall? Da stellt es sich dann heraus, dass so vieles nur eine Schönwetterreligion ist. Wenn Sturm kommt, bricht sie zusammen. Davon spricht unser Psalmwort. Ein Ernstfall war eingetreten. Israel, das alttestamentliche Gottesvolk, war an das Rote Meer gekommen. Hinter ihm herjagten mit Heeresmacht die Ägypter. Nun zeigte es sich, dass es einem starken Herrn gehörte, einem Herrn, der er retten kann. Er bahnte ihm einen Weg durch die Wasser des Meeres. Und, das ist dem Psalmsänger so wichtig, er nahm ihm alle Furcht weg. Eingehüllt in den Frieden Gottes, zog es auf dieser schreckenerregenden Straße. Dann kamen die Ägypter angebraust. Die hatten auch Religion. Sie hatten eine Menge Götter. Aber alle ihre religiösen Überzeugungen halfen ihnen nichts, als die Fluten über ihnen zusammenschlugen und das Grauen sie verschlangen. Wir sollten vorsichtig sein mit religiösen Überzeugungen und Weltanschauungen. Im Ernstfall zeigt sich, was es heißt. Frieden mit Gott haben durch unseren Herrn Jesus Christus. O Gott, nicht der Philosophen, sondern Gott Abrahams, Isaks und Jakobs. Vater Jesu Christi, wirklicher Gott, lass uns dir gehören. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich.